hallo und herzlich willkommen zur neuen folge hör mal wer der hämmert und mit dabei ist heute kai leute wir brauchen heute frühstück und spät abends ist okay was gehört zu einem guten frühstück glas milch oder ein glas milch aber gut ich habe nämlich gar keine ahnung was ich hier bauen könnte kann es doch für den weihnachtsmann hier gibt es keine white wall mehr klar ich überlege ich glaube ich baum breakfast für den weihnachtsmann meinst du so kekse hier so ein glas milch und das war der santa bringt es geht mir mal sprengen ja das war es denn oder so ein englisches frühstück super das ist schrecklich gar nicht die engländer was ja die engländer essen tatsächlich morgens sehr viel cornflakes ist das so machen die das ja also ich war ja erinnert beim austauschen meine schwester auch und die hatten jungen hatten da cornflakes packungen auf dem tisch alter so viel sollten findest du gar nicht mehr bei uns im supermarkt nee nee das ist echt heftig und nein man kann keine milch eingießen was für ein scheiß er wusstest du das nicht du kannst die mich zum backen von kuchen verwenden ja dann gibt es ein glas wasser schluss jetzt und natürlich gibt es auch brötchen mit mit nutella und ich mache so richtig geiles ich mache es anders okay mal gucken ob das funktioniert was ich gerne möchte sowas sieht so ähnlich nach einem brötchen aus braune bolle kann ich jetzt irgendwie nicht so ganz gebrauchen orange vor der schade dass man kann anbauen können kein was du nechst ein bisschen schade dass man kein porzellan bauen kann ach so was zwei minuten noch ich muss die zeit runtergestellt brettchen alter wo die zeit runtergestellt nee wir haben nur ziemlich lange gebraucht am anfang ja ich habe so okay da gibt es noch kürbis zu essen lecker kürbis ja sicher was denn zu halloween anscheinend ach nein ich wollte jetzt okay ich dann orange wolle auf geht's machen hier ein vegan burger ich hoffe das gibt plus punkte ein veganer burger mit veganem fleisch ich weiß gar nicht was ich noch bauen soll du bist schon fertig nee ja nee ich habe jetzt nur eine scheibe brot also hier in frauen kasten ja schön paar blätter drauf sagt brötchen noch hin lecker scheiß drauf veganer burger ja sieht doch gut aus also wer da nicht erkennen dass das ein burger ist da weiß ich auch nicht so und schild sein so hashtag vegan hashtag burger so haben wir das schon mal so was braucht man noch ein teller man den scheiß noch drauf packen kann teller was für was quats nimm mal quats so teller hier oh sieht das scheiße aus oh nee das wird glaube ich ganz 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 schrecklich werden teller los ich brauche noch guten stein für den teller ich mache den aus marmor man kann überhaupt keinen guten untergrund machen hier so jetzt schnell noch irgendwas rundes hier hinbekommen vielleicht denken das wäre ein toast das wäre natürlich auch ganz gut toast und jetzt hier noch so ein messer das kann man ja auch noch machen den untergrund ich wollte so eine so eine tisch was das ist das ist das tost das ist echt tost aber der beim bruster für der schalter stimmt da ein schalter fehlt das ist ein scheiß hier wie ist das tost okay habe ich gegeben ui was das denn lecker gut aus kürbisbrot kürbisbrot mit blätter komm schon nicht explodiert das kannst du aber explodieren müssen als ob sehr ruhig was ist das denn hier ist das deins ne das erinnert mich an so ein lego spiel wo man hier so eine kaffeetasse hat ach so so was gibt es was haben wir denn hier das bist aber du zu sehen immer heißer blieb ist das speck okay es gibt ne ach das ist nicht mal deins oh du sack ist das deins nein so viel mühe hast du dir auch nicht gegeben aber es ist witzig so ein typ mit bacon in der hand der es bekommt nen gut aber mir hat er keinen kopf ja ist mir egal die idee ist gar nicht schön ist das deins guck mal wie billig wie billig du hast das einfach hingeschmissen ey das war schon bei item leading ja klar das nicht explodiert was ist denn los mit euch was ist denn was ist denn was ist denn was ist denn das ist nachher noch höher als wir beide was ist denn was soll das sein Kürbissupre bestimmt mit Tomatensoße mit Tomatensoße mäh max hunger 16 max hunger hat hunger auf breakfast aber nicht so oh amazing meister bleeding ist das deins mhm der bacon ist ja nicht ganz fertig hier ne da fehlt ja auch die hälfte mäh oh man wann kommst du denn mal da ist ja gar nicht dran hier mhm mhm das wirst du ne tomate ein spiegelei it's ok das ist ein bacon 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 oder so was ist das denn was steht da drauf oh ach so ja da was ist gegen deins als ob ja doch der brennt ja die tiere ab ja das ist ein der ist antiveganer spack wo ist das richtiges Arsch cut bread liebe Grüße bon appetit oh ja hu hu äh french french die schweißer bleeding ha 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 stein ernst eh cheta scheisse TG Bro! Hä, wo sind wir jetzt? Was hab ich denn gehabt? Steht gar nicht. Toll. Wette. Hä, Mann ist scheiße. Ja okay. Wurde sie wie viel wir haben oder kann man das irgendwie hier angucken? Bon Appetit. Hm. Steht das da irgendwo? Ich glaube ich zurück. Okay, ich geh wieder zurück. So. Aber anscheinend waren wir nicht sehr gut. Sonst wären wir weiter oben gewesen. Naja. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Äh, ja. Wenn es euch gefallen hat, schaltet doch im nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt, hör mal wer da hämmert. Und dann haut rein. Tschüss.